Herzlich willkommen zu einem weiteren Fachgespräch. Die Fachgespräche handeln ja mit Themen, Entwicklungen, Tendenzen aus der sozialen Arbeit. Heute werden wir das Thema miteinander anschauen. Aktenführung, Dokumentation in der sozialen Arbeit, ein riesiges Thema. Zu diesem Thema habe ich den Gast Matthias Weber. Was bedeutet in der modernen sozialen Arbeit professionelle Dokumentation? Ich würde gerne einsteigen mit einem Praxisbeispiel. Und zwar Dokumentation und Durchlässigkeit der Dokumentation im Zusammenhang mit Adressaten, mit Menschen, die in einem Unterstützungskontext leben. Nämlich in einer Organisation, in der junge Frauen leben. Und eine von diesen jungen Frauen musste zum Gynäkologen. Der Gynäkologen hat einen Scheidepilz festgestellt. Und sie ist dann zurückgegangen mit einer Greme, hat dann die Sozialpädagogin, die dort den Dienst gehabt hat, das erzählt. Und sie hat dann das ins Tagesjournal geschrieben. Und der Tagesjournal hat einen Blick gehabt, die vom Atelier, die vom Büro. Also da haben am nächsten Tag die, die das Tagesjournal gelesen haben, gewusst, dass diese junge Frau einen Scheidepilz hat. Und jetzt so meine Frage, ja was bedeutet denn Dokumentation auch im Zusammenhang mit der Wahrung der Privatsphäre, mit der Wahrung von einem persönlichen Individuum, im Zusammenhang mit professioneller Dokumentation? Wenn du da Praxisbeispiele so gehörst. Also wenn ich das Praxisbeispiele so höre, ja, dann läuten bei mir so ein Stück die Alarmglocken. Also die Frage, nur weil jemand in der Einrichtung professionell unterstützt, begleitet etc. wird, glaube ich, muss die Person nicht zwangsläufig ihre intimsten Anliegen, Geschichten wie verbreiten. Und ich glaube tatsächlich, wir brauchen ja da gar keine so eine Sonderkiste aufmachen. Also es gibt ja auch Menschenrechte, es gibt in der Bundesverfassung Persönlichkeitsrechte, die ja den Schutz der Persönlichkeit jedem Menschen zugestehen. Und mir erschließt sich nicht, warum Menschen, die in Einrichtungen leben zum Beispiel oder auch ambulant begleitet betreut werden, nicht auch dieses Recht für sich in Anspruch nehmen dürfen. Und zudem, was nützt der Kollegin im Atelier diese Information, dass eine junge Frau im Intimbereich eine Erkrankung hat, die behandelt wird von einer Medizinerin, was nützt die der in ihrem professionellen Tun? Also das wäre für mich so diese wichtige Frage, muss ich das wissen oder darf, beziehungsweise muss das im persönlichen Bereich der betroffenen Person liegen? Wenn ich dir zulasse, dann gibt es so verschiedene Ebenen, wo ich jetzt höre. Das eine ist so die persönliche Integrität von den Menschen, die in solchen Institutionen leben, den Lebensmittelpunkt haben oder auch temporär auf den Entwicklungsweg gehen. Und auf der anderen Seite eben schon auch so der professionelle Zugang, wo man sagt, wenn ich dokumentiere, dann habe ich auch ein Stück die Informationspflicht. Ich stelle auch ein Stück die Information sicherstellen. Zum Beispiel für den Betreuer oder die Betreuungsperson, die nach mir kommt, dass sie weiss, sie denkt daran, wir müssen die Salbi und sprich doch dann mit dem auch. Also so Qualitätssicherung im Zusammenhang mit Datenführung, mit Aktenführung, mit Dokumentation und auf der anderen Seite eben genau die Schnittstelle von der persönlichen Integrität oder auch von der schützenswerten, sensiblen Daten da drin. Und vielleicht ist das ja so eine zentrale Spannungslinie oder so ein Spannungsfeld. Also ich würde eher fragen, welche Funktion sollen denn Aktenführung, Dokumentation für wen haben? Also wozu führen wir die? Also für welche professionelle Verrichtung sind sie zwangsläufig nötig? Also eben Information von Teammitgliedern über relevante Informationen, wenn ich in Ferien bin, wenn ich erkrankt bin, wenn jemand anders im Team ist. Und gleichzeitig eben, was gilt es auch zu schützen an Rechten von Menschen, wenn es um sehr persönliche Geschichten geht? Und ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass man beides durchaus unter einen Hut bringen kann. Also natürlich finde ich, oder ich gehe davon aus, dass man dokumentieren muss, wenn jemand eine ärztlich zu behandelnde Erkrankung hat, die man laufend begleiten muss. Aber braucht es die Information für die Kollegin zwangsläufig, die vielleicht noch eben gar nicht mal im Wohnbereich schafft, dass diese Erkrankung im Intimbereich ist oder wie die zustande gekommen ist? Angenommen, es sind auch sehr persönliche Geschichten damit verbunden. Aber klar, da ist doch mal so der Weg weitergehend und nachfragen nach der Wertschöpfung. Also wenn ich jetzt dich frage, und ich weiss, du hast dich beschäftigt, in ganz unterschiedlichen Kontexten, mit dieser Dokumentation und mit Möglichkeiten, mit Modulen von Dokumentationen. Aber lass uns doch mal so den Wertschöpfungsweg gehen. Was ist denn der Nutzen für einen Adressant der sozialen Arbeit, für jemanden, der in einer Institution lebt, von einer professionellen Dokumentation? Also aus meiner Sicht sind es wie zwei Aspekte. Also zum einen, glaube ich, muss sich die Person darauf verlassen können, dass die Fachkraft für sie, für den Prozess, fürs professionelle Tun relevante Informationen festhält und darüber auch eben diese professionelle Begleitung, die professionelle Unterstützung tatsächlich qualitativ unterstützt wird durch Dokumentation. Und das andere ist, das finde ich, die zweite Ebene, das, glaube ich, wird noch zu wenig oder ich habe noch keine Praxis oder wenig Praxisorganisationen kennengelernt, die das diskutieren. Eben welche Funktion hat denn das, was wir festhalten, in aller Regel sind es ja schriftliche Dinge oder Dinge, die wir schriftlich festhalten, für die betroffene Person, über die dokumentiert wird. Und da fehlt es mir im Moment noch so ein bisschen an Fantasie. Wozu könnte eine entsprechend geführte Dokumentation den Adressatinnen helfen, nützlich sein, beziehungsweise die Frage taucht nach meiner Erfahrung noch gar nicht oder zu wenig auf. Sondern Dokumentation hat andere Funktionen. Die Frage, welche Funktion könnte sie für die Person an und für sich haben, die ist gar nicht auf dem Schirm. Sondern wir dokumentieren für andere Akteure, für andere Anspruchsgruppen, aber nicht für die Adressatinnen. Bevor ich die Wertschöpfungsfrage für die Organisation und für die professionelle Fachperson noch stelle, wenn ich diese Frage natürlich von dir höre und ich würde jetzt dir sagen, eine professionelle Dokumentation hat auch den Zweck, erfolgreiche Interventionen festzuhalten. Damit ich als Klient oder ich als Adressat weisse, ich muss nicht immer wieder von vorne anfangen, ich weiss, man setzt bei meinen Ressourcen an, man weiss, dass ich dort vielleicht beim gelingenden Moment ansetzen kann. Wäre das Wertschöpfung, die da wir abdecken, die du im zweiten Aspekt infrage gestellt hast? Ich glaube, dann sind wir auf der Spur, die ich da sehe. Und das würde zum einen schon mal voraussetzen, dass wir über Dokumentation das Gelingende, die Ressourcen, das, was Menschen sich vielleicht auch ohne uns erarbeiten und erkämpfen, in den Blick nehmen. Da bin ich nicht immer gleich zuversichtlich, ob wir das über unser Dokumentationshandeln tatsächlich in Fokus. stellen. Und ich würde tatsächlich annehmen, dass das eben für die Menschen, wenn wir da entsprechend attraktive und zugängliche und für ihre Kompetenzen taugliche Dokumentationsformate, ich würde es dann anders nennen, anbieten, dass darüber dann so eine Art auch Selbststeuerung, so eine Art Eigendynamik, so eine Art vielleicht wirkliches Empowerment unterstützt werden könnte. Ob das alle Adressatinnen möchten, ob die derartiges für sich in Anspruch nehmen wollen, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, allein diese Ebene Adressatinnen, Prozesse für die Adressatinnen, vielleicht sogar von ihnen dokumentieren zu lassen, ändert den professionellen Fokus, ändert die Art und Weise, wie ich über und mit Dokumentation rede und arbeite. Und eben, über das Wie müsste man noch sehr, sehr gut mit den Adressatinnen nachdenken. Ich glaube, spätestens dann müssten wir sie ins Boot holen. Jetzt hast du noch etwas ganz Zentrales gesagt, so der partizipative Moment, wo man sagt, wir lern doch die Adressatinnen oder die sozialen Arbeit, die irgendwo in einer Dokumentationsebene erfasst, fast dokumentiert oder verschriftlicht werden. Was würde denn das heissen, wenn wir sie mitgestalten lassen würden? Dass sie sagen würden, ich möchte gerne zurückmelden, die Wohngruppe, ich möchte gerne zurückmelden, den Berater. Das war für mich unterstützend, das war für mich hilfreich. Das war für mich auch ein Stück weit entlastend. Das sind die Momente, wo die Beratungseinheit oder der sozialpädagogische Akt auch zu einem klingenden Moment gemacht hat. Wäre das eine Weiterentwicklung von der professionellen Dokumentation? Oder sagst du eher, nein, das bricht eigentlich auch noch mit einer fachlichen Optik? Also ich bin der Meinung, dass Dokumentation wie zwei Ebenen braucht. Also wie aus meiner Sicht grundsätzlich professionelles Handeln. Die starke Orientierung Orientierung und den Ausgangspunkt der Bedürfnisse und auch der Sichtweisen unserer Adressatinnen. Wie auch so, wenn wir über Selbstdeutungen sprechen. Wie sehen Sie das selber? Was ist aus Ihrer Sicht das Problem? Was gelingt aus Ihrer Sicht? Wo wollen Sie hin aus Ihrer Sicht? Also das müsste aus meiner Sicht der Ausgangspunkt sein. Ob wir das dann, egal ob wir das Partizipation oder nicht nennen. Und das andere ist, glaube ich, es braucht noch, wie diese Expertise, dieses professionelle Handeln, das vielleicht auch etwas anders sieht, als die Adressatinnen das tut. Das ist quasi eine zusätzliche Perspektive, zusätzliche Erklärungen, die dann aus der Theorie und aus Empirie sich speisen können, wie anbietet. Also eben das noch ergänzt. Und ich glaube, dass wenn du fragst, inwieweit können wir denn Adressatinnen in Dokumentationsvorgänge einbeziehen, würde ich sogar annehmen, dass wenn wir über Partizipation sprechen, müssen wir darüber nachdenken. Denn ansonsten zerfällt das ja ein Stückweise. Wir reden von, wir arbeiten mit denen partizipativ, aber das Dokumentieren, das ja weitreichende Konsequenzen haben kann, für die Betroffenen oder für die Adressatinnen. Das ist dann auf einmal wieder Expertensache. Und dann, finde ich, bricht dieser Anspruch, wir wollen partizipativ etwas erarbeiten, unsere Wohngruppe miteinander gestalten, ich bin Teil des Ganzen, so wie du auch, aber dokumentieren, das tue ich und du darfst nicht mal reinschauen und dann geht der Bericht an irgendeinen Kostenträger oder an deinen Beistand. Da habe ich dann eher so eben die Beobachtung, dass sozialarbeiterische, sozialpädagogische Ansprüche, die wir haben in der Arbeit mit den Adressatinnen und die Dokumentationspraxis zum Teil brechen, gerade wenn es um Partizipation geht. Wenn wir jetzt wirklich noch den Schritt weitermachen und auch Dimensionen, Grösse wie Partizipation, Teilhabe, mal mitdenken, was wäre denn der Mehrwert, was wäre denn wirklich die Wertschöpfung für eine Organisation, in einer professionellen Logik von der Dokumentation? Ich könnte mir vorstellen, dass eben dann Einrichtungen stärker, die einen bestimmten Anspruch, eine bestimmte professionelle Herangehensweise haben, ihre Arbeit mit den Adressatinnen besser zur Geltung bringen können. Wenn man sich die aktuellen viele Dokumentationspraxen anschaut, geht es ja sehr stark darum, vor allem aus organisationaler Logik, Dinge zu erfassen, die wir Professionellen an und mit den Adressatinnen tun, um die als Leistung dann gegenüber den Kostenträgern geltend zu machen. Und eben, jetzt kann man diskutieren, ist das automatisch ein defizitorientierter Blick, aber zumindest muss der Fokus in vielen, vielen Dokumentationsvorlagen auf das noch nicht gelingende, auf das, was Professionelle tun, gelegt werden. Und darüber bleibt stark unterbelichtet, was die Adressatinnen tun, was eine Gruppe tut, wo Ressourcen sind, weil die nicht vergütet werden. Und ich glaube eben, es gibt Einrichtungen, die ja da durchaus Praxen entwickelt haben, mit dieser doppelten Anforderung, ich muss meine Leistungen, was ich tue, an dem, was Adressatinnen noch nicht allein gelingt, festhalten, sonst kriege ich nicht das Geld, das ich brauche. Und gleichzeitig möchte ich aber auch festhalten, was wir konzeptional verankert tatsächlich tun in unserem professionellen Alltag. Und das wäre aus meiner Sicht ein grosser Mehrgewinn, dass die Arbeit qualitativ sichtbarer wird, wenn wir auf eine andere Art und Weise dokumentieren, als in vielen Bereichen einfach notwendig ist, wo es eben darum geht, Leistungen abrechenbar zu machen. Sei jetzt mal verkürzt. Okay, und jetzt bist du natürlich an einem Punkt, wo mich brennend interessiert. Auf der einen Seite ist der ökonomische Druck. Und entlang von dem ökonomischen Druck, eben auch immer stärker sich zu legitimieren. Und eine mögliche Form wäre ja eine sehr klare, professionelle Aktenführung, Dossierführung von den Klienten, die dann, wie du gesagt hast, sehr stark defizitär ausgerichtet ist, sehr stark problemorientiert ausgerichtet ist. In der Meinung, je stärker ich das Problem beschreibe, desto klarer ist die Legitimation für eine professionelle Betreuung, professionelle Beratung, professionelle Begleitung. Besteht da nicht Gefahr, dass das, was wir in der Sozialpädagogik ja langsam ausgeschafft haben, die Ressourcenorientierung, einfach verloren geht? Weil ich ja wieder gezwungen bin, genau das Problem, genau dort drinnen, ein Stück weit, klar zu sein, damit ich legitimiert bin, die Ressourcen überzukommen und überkomme. Ich würde sagen, das ist ein großes, also eine große Herausforderung, möglicherweise sogar ein großes Problem. Ich möchte vielleicht noch in dem Zusammenhang den Bogen schlagen, eben zu den Begriffen, die du genannt hast, die wir ja in vielen Konzepten finden. Also Konzepte von Einrichtungen, die sich vornehmen, ressourcenorientiert, partizipativ, auf Empowerment ausgelegt, zu arbeiten. Und aber im zweiten wichtigen schriftlichen Block eben Konzept als Verschriftlichung des übergeordneten Handlungszusammenhangs, der dann ja im besten Fall transparent gemacht werden kann über die Dokumentation. Und wenn ich jetzt ausgehe von einer Idee, wir wollen ressourcenorientiert auf Empowerment ausgelegt arbeiten, das ist unser Anspruch. Daran wollen wir uns auch qualitativ messen lassen und gleichzeitig am Ende des Tages aber wieder gucken muss, was kann der Klient noch nicht, wo haben wir ihm geholfen, wo ist noch Bedarf für Unterstützung, dann beißt sich das ja mit dieser Ressourcenorientierung, weil dann der Blick ganz automatisiert, zumindest bei den allermeisten Fachkräften, dann auf diesen noch nicht gelingenden, auf diesen Defiziten hängen bleibt, obwohl man eigentlich ressourcenorientiert arbeiten möchte. Und da habe ich manchmal fast schon, also tun mir auch Einrichtungen leid, die mit einem sehr starken Anspruch Einbezug der Adressatinnen, Empowerment etc. starten und dann über die Dokumentation, die auch an die Kostenträger geht, ihre Leistungen gar nicht ausweisen können beziehungsweise die verstecken müssen oder verklausuliert irgendwo wieder reinbringen müssen. Denn eigentlich müssten ja solche Anreize gesetzt werden, dass die Einrichtungen, die ihre Adressatinnen zum Empowerment befähigen, belohnt werden, vielleicht sogar monetär belohnt werden, weil sie sich zunehmend überflüssig machen und nicht wie fast schon genötigt werden, ihre Adressatinnen weiter kränker, in Anführungszeichen, kränker zu beschreiben, als sie es tatsächlich sind. Denn ich glaube, dieses dauernde allein Beschreiben dieser Defizite macht auch was mit den aufgestelltesten Fachkräften, die ressourcenorientiert arbeiten wollen. Aber wenn ich immer defizitorientiert, um es mal pointiert zu sagen, Ende des Tages Journale führen muss, Berichte schreiben muss, den Beiständen berichten muss, Reportpflichtig bin gegenüber den Kostenträgern, dann wird sich meine ressourcenorientierte Brille verdrecken oder sogar verschlieren. Das ist meine Bevölkerung. Okay, wenn man jetzt deren Argumentation folgt, gleichzeitig aber weiss, dass grosse Handlungsfelder, wie zum Beispiel der Bereich von Menschen mit Behinderung, mit einer Leistungserfassung, mit einem Ratingsystem, ja genau das einfordert. Man sagt, individuell Betreuungsbedarf zu definieren, entlang von einer Diagnose, entlang auch von einem Defizit, der muss aufgeholt werden, der muss ein Stück weit angegangen werden, dann heisst das ja, damit ich zu den Ressourcen komme, die ich brauche, um die Begleitung, die Betreuung aufrechterhalten, die selbstbestimmt sein soll, die selbstständig sein soll, die ein Stück weit Autonomie herstellen soll, ein Stück weit auch das Auslöse aus dem professionellen Rahmen, ja wie ein Widerspruch in sich. Das heisst, die Leistung, die ich dann deklariere, orientiert sich immer am Problemen und je stärker ich das Problem definiert und gerahmt hat, desto mehr komme ich Ressourcen über. Aber vergiss ja den Auftrag, den ich habe, dass er zu uns kommt, zu sagen, und ich möchte ja irgendwann den Rahmen, den professionellen Rahmen wieder verlassen. Genau, und eigentlich werden ja über diese Anreize, die in dem System drin sind, ja aus meiner Sicht genau gegenläufliche Entwicklungen wie geschürt. Im besten Fall halte ich die Adressatinnen, mit denen ich am wenigsten zu tun habe und schreibe die aber weiterhin krank. Ich weiß, das ist jetzt nicht die schönste Sprache, aber eben schreibe die ja tatsächlich kränker, als sie sind, dann werde ich belohnt. Aber die Einrichtungen, die ihren Auftrag ernst nehmen, die Menschen zu zunehmender Autonomie, zu Integritätsgewinn, zu mehr Selbstständigkeit, zu dem Verlassen von möglichst stationären Settings zugunsten von Ambulanten oder vielleicht sogar Entlassung aus der Betreuung hin zu begleiten, die finden ja in diesem System wie gar keinen Anreiz. Und eigentlich ist zumindest die soziale Arbeit nach meinem Wissen ja eigentlich dafür mal gestartet. Also eben helfen, also was muss ich tun, dass ich mich überflüssig mache? Aber die Frage stellt sich in vielen Dokumentationssystemen, vor allem wenn es darum geht, Leistung zu erfassen, nicht wirklich aus meiner Sicht. Wenn man jetzt so den Teil von der Wertschöpfung und auch von der Nutzbringung aus Sicht von den Organisationen, von den Institutionen mal noch einen Schritt weitergeht, nämlich von den Fachpersonen, die ja ganz konkret dokumentieren und ganz konkret mit Dokumentationsinstrumenten auch schaffen, weisst du denn den Mehrwert? Was wäre denn der Mehrwert für eine professionelle Betreuungsperson, Beratungsperson entlang von einer professionellen Dokumentation? Es möchte sichtbar werden, was wir professionell tun und nicht nur, an welchem Defizit wir, welches Defizit wir sehen, sondern was tun wir professionell, um an vorher erarbeiteten und definierten Zielen, um denen einen Schritt näher zu kommen. Was tun wir da? Und das müsste aus meiner Sicht in Dokumentationen sichtbar werden. Also diese professionellen Handlungsschritte, die müssen sichtbar werden. Wenn wir von Fallverstehen reden, da müsste sichtbar werden, was da an Fremddeutung, an Begründer der Fremddeutung angeboten wird. Es müsste aus meiner Sicht aber auch sichtbar werden, was wir tun, wenn es um den Begriff der Beziehungsgestaltung geht. Ja, was machen wir da? Das müsste sichtbar werden. Könnte es auch eine Möglichkeit sein, vom Messen, vom Transparentmachen, vom Greifbarmachen, von der Wirksamkeit, von meinem Sozialarbeiter, aus der sozialpädagogischen Tue? Also Messen ist ein Begriff, den finde ich in dem Zusammenhang aber jetzt aus meiner Sicht eher ein bisschen schwierig. Aber um nachvollziehbar zu machen, was in diesem Prozess gewirkt hat, was funktioniert hat, ob das Ziel noch das Richtige ist, ob die Mittel geeignet waren, um dem Ziel näher zu kommen, das müsste aus meiner Sicht auch in Dokumentationen sichtbar werden, eben indem wir unsere Evaluationsschritte, die wir für uns und hoffentlich auch mit den Adressatinnen zusammen machen, wenn wir uns Verläufe anschauen, das müsste da auch sichtbar werden. Jetzt gibt es ja wie noch so Qualitätsstandards, wo die Dokumentation auch ein Stück weit rahmt und ein Stück weit auch eine Basis legt. Ich möchte gerne drei von diesen Qualitätsstandards mit dir anschauen. Das eine ist, man spricht ja in der Medizin von gläserner Patienten, dass jede Daten innerhalb von einem medizinisch-therapeutischen Kontext sichtbar werden und alles auch in der heutigen Zeit sehr stark aufbereitet ist. Erleben wir etwas Ähnliches in der sozialen Arbeit auch in ihren Organisationen. Also nicht die gläserne Patienten, aber vielleicht die gläserne die durchsichtbare, die für alle fassbare Bewohner. Also ich glaube schon, dass es die Tendenz gibt, dass Adressatinnen vielfach, ich kann jetzt nicht für alle Arbeitsbereiche sprechen, natürlich, aber vielfach sich gläsern machen müssen. Wenn man zum Beispiel an die Sozialhilfepraxis in manchen Kantonen denkt, wo die Adressatinnen quasi bevor ihr Gesuch überhaupt bearbeitet wird, eine umfänglich in die Zukunft reichende Schweigepflichtentbindung abgeben müssen, die ja rechtlich gar nicht mehr so unproblematisch ist, aber gleichwohl es lange oder einige Jahre die gängige Praxis an vielen Orten war, da denke ich mir dann schon, ist es wirklich schon auf dem Weg zur gläsernen Adressatinnen, zu gläsernen Adressatinnen oder umgekehrt, müssen Adressatinnen um bestimmte Leistungen, die ihnen rechtlich zustehen, nicht auf Grundrechte verzichten. Ist das verhältnismäßig? Ist das rechtmäßig? Das werden Fragen, die Juristinnen klären müssen. Ich finde solche Praxen sehr problematisch. Wenn jetzt heisse, dass die Organisationen mehr mündig der Verantwortung überprüfen, sowohl in der Quantität wie in der Qualität von Akten, von Dossiers, von Dokumentationen gegenüber den Adressaten, die in den Organisationen Beratung, Begleitung oder Betreuung erfahren haben. Ich würde diesen alltagssprachlichen Satz für mich da geltend machen. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und jetzt ist ja die Frage, was ist nötig? Und da, glaube ich, sind wir dann auch wieder, wie so oft, wenn wir über Dokumentation sprechen, an einem professionellen Selbstverständnis. Was muss ich wissen in einem bestimmten Arbeitsfeld mit der Arbeit mit bestimmten Adressatinnen, Gruppen vor dem Hintergrund eines spezifischen Professionsverständnis, eben, habe ich den Anspruch, Fall zu verstehen, dann brauche ich dafür bestimmte Informationen. Habe ich den Anspruch, nicht, weil ich es mit Personen zu tun habe, die so stark sind und so eigenverantwortlich sind in ihrer Selbstdeutung, finde ich, dann muss ich da auch nichts festhalten. Also eben, so wenig wie möglich, so viel wie nötig, wäre mal so ein Grundsatz aus meiner Sicht. bin ich bei dir, oder auch wenn es sehr salopp ist, sehr alltäglich ist, aber es umschreibt ja auch ein Stück weit die Haltung, oder, dass ich nicht mehr dokumentiere, nicht mehr sichtbar mache und dann eben auch nicht mehr weitervermittelbar mache, oder in dem Moment, wo ich es dann nicht dokumentiere. Und jetzt, der Wechsel nochmal in den Professionsbereich, ich weiss einfach aus dem Alltag, dass wenn schwierige Situationen sind, schwierige Beratungssituationen, schwierige Begleitsituationen im Alltag oftmals Dokumentationen weniger mit dem Klienten, mit dem Adressat zu haben, viel mehr aber mit dem Schutz von der professionellen Person. Alles gemacht haben, alles berücksichtigt haben, also wenn Fremd- und Selbstschädigung im Raum stehen, wenn Sozialität im Raum stehen, und, 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 oder wenn der Missbrauch da hin, dass es dann ganz, ganz stark auch zum Schutz von der professionellen Person zu haben. Wir haben alles bedacht, wir haben die Beobachtungen aufgenommen, wir haben auch unsere Interventionen deklariert, damit ich nachher nicht in einer Schuldhaftigkeit bin, nicht professionell reagieren soll. Ich glaube, das ist mit Sicherheit eine Tendenz, die seit wahrscheinlich 10, 15 Jahren sehr stark in die Dokumentationstätigkeit reinspielt. Nicht zuletzt wahrscheinlich oder auch getrieben von diesen ganzen Missbrauchsgeschichten, die nicht nur in der Heimerziehung, aber auch vor allem dort aufgetaucht sind. Die ganze Kinderschutz-Thematik, in Deutschland gab es mehrere spektakuläre Fälle, wo Kinder unter behördlicher Obhut, die in Pflegfamilien gelebt haben, schwer misshandelt bis getötet wurden. Und da ja dann neue Standards auch im Kinderschutz entwickelt wurden, wo sehr viel um eine Verrechtlichung, aber eben, ich glaube, auch sehr stark um das Thema Verantwortung geht. Also, dass auch Fachkräfte quasi nachweisen können, sie haben keinen sogenannten Kunstfehler gemacht und darüber quasi juristisch nicht belangbar gemacht werden. Und wenn ich mich mit Kollegen aus dem Kinderschutz unterhalte, die sagen, das ist mittlerweile wahrscheinlich ein Großteil unserer Dokumentationstätigkeit, der sich eben genau auf dieses Thema bezieht, dass ich im Fall der Fälle, wenn der Staatsanwalt vor meiner Tür steht, weil ein Kind im schlimmsten Fall verstorben ist, für das ich zuständig war, dass ich dann über die Dokumentation nachweisen kann, ich habe keinen Kunstfehler gemacht, ich bin juristisch, rechtlich nicht verantwortlich für den Fall. Wie das vor vielen Jahren war, kann ich nicht nachvollziehen, aber ich glaube, dass es da schon in meinen Arbeitsfeldern eine neue oder eine zusätzliche Entwicklung gibt. Ich kann mich einfach erinnern, als ich das erste Mal auf einer solchen Wohngruppe gearbeitet habe, auch in einem professionellen Kontext, da ist die Dokumentation an einem ganz, ganz kleinen Ort gewesen. Das hat aber auch mit dem zu tun, dass die Öffentlichkeit nicht so sensibilisiert war, sich interessiert hat, was passiert in den Institutionen. Und ich glaube, das ist ein Teil, der sich auch ein Stück geändert hat, die Sensibilisierung von unserem Umfeld, vom nähen oder vom erweiterten Umfeld und auf der anderen Seite aber eben auch die sogenannten Grenzverletzungen, können dann auch ein Stück weit nachvollziehbar und dann vielleicht eben auch strafrechtlich oder mindestens berufsethisch nachgehen können. Also das ist so eine Veränderung, die ich habe. Und jetzt gerade zu diesem Anschluss, die Professionalisierung entdeckt man ja vor allem im Zusammenhang mit der Dokumentation, weil das wird ja sichtbar. Das heißt, es braucht gewisse Kompetenzen, eine gelingende professionelle Dokumentation zu führen. Was wären denn so Kriterien, was sind Indikatoren für eine professionelle Dokumentation? Also, man findet ja in der Literatur und das kann ich auch teilen wie so ein paar Grundsätze von professioneller Dokumentation. Also, zum Beispiel die Trennung von objektivierbaren Sachverhalten, sogenannten Fakten, versus der klaren Deklarierung von Annahmen, von Vermutungen, von Befunden, von Schlüssen, die wir quasi aus den zur Verfügung stehenden Informationen herleiten. Also, das muss klar trennbar sein. Es darf keine Annahme, keine ich habe gehört oder ich habe mir das überlegt, darf zu einem Fakt gemacht werden. Des Weiteren, dieses, und da sind wir auch wieder bei dem Grundsatz aus meiner Sicht, bei einem Professionalitätsgrundsatz, Trennung von Verhalten und Person. Also, ich kann sehr wohl wertschätzend mit einer Person und im Respekt gegenüber der Person ein Verhalten, das sozial problematisch ist, das andere verletzt, sehr bis hin konfrontativ angehen. Und das müsste aus meiner Sicht in der Dokumentation sichtbar werden. Was aus meiner Sicht noch ein weiterer Grundsatz für Dokumentation sein müsste, ist dieses falsifikatorische Prinzip. Vor allem, wenn wir sehr starke Deutungen oder auch Diagnosen vorfinden in Dokumentation. Es handelt sich um ein aggressives Kind. Wenn ein Fallverlauf, ein Dokumentationsverlauf mit so einer Setzung beginnt, würde ich vermuten, dass sich ganz viele Beobachtungen und Informationen finden in der Dokumentation, die diese Einschätzung untermauern. Und aus meiner Sicht lenkt es den Blick eben auf ein bestimmtes Verhalten, das aber möglicherweise sehr stark generalisiert, das ist ein aggressives Kind. Das verhält sich nicht nur so in bestimmten Situationen. Und aus meiner Sicht wäre wirklich oberste Dokumentationspflicht mit getroffenen Einschätzungen, mit Diagnosen, egal ob die Sozialarbeiter, Psychiaterinnen, Psychotherapeutinnen, wer auch immer, treffen, mit denen falsifikatorisch umzugehen und auch diese Falsifikationsmomente, wo sich zeigt, oh, das Kind ist nicht aggressiv oder nicht nur oder in bestimmten Situationen eben hoch sensibel, hochsozial, mit anderen unterwegs, dass auch diese Momente in der Dokumentation Niederschlag finden. Und das andere ist, die Dokumentationen müssten aus meiner Sicht auch beziehungsreflexive Momente beinhalten. Was hat das, was sich beim Adressat tut, mit mir, mit unserer Beziehung, mit meiner Tätigkeit, mit uns, in unserer Einrichtung zu tun? Und das sehe ich ganz, ganz wenig in Dokumentation. Wenn man jetzt die Kriterien, die Qualitätskriterien nimmt und sagt, ich konfrontiere dich jetzt mit drei sehr kritischen Momente entlang dieser professionellen Dokumentation und Anspruch auch dokumentieren, die Gefahr von den Menschen, die in den Institutionen Unterstützung erfahren, egal in welcher Form, die werden immer mehr verwaltet, immer mehr administriert, also wo die Beziehungsarbeit, die Entwicklung fast mehr Platz bekommt, standardisierte Abläufe, Checklisten, wie siehst du das Risiko oder diese Gefahr? Also ich würde sagen, das ist mit so eine Grundgefahr, ein Grundproblem, dass die Menschen tatsächlich über Dokumentation bürokratisch verwaltet werden, eben zu Objekten verdokumentiert werden, an denen dann quasi Leistungen mit den entsprechenden Taggeldern oder Vergütungen dran gehängt werden. Und das hat man ja schon mal nochmal angesprochen, eben das ist glaube ich tatsächlich für Organisationen wichtig, das ist für Kostenträger wichtig, wenn Versicherungs- oder Steuergelder, die knapp sind, verteilt werden, aber eben, wo wird sichtbar, was eben qualitativ geleistet wird? Werden Prozesse sichtbar? Werden die Entwicklungen von den Adressatinnen sichtbar? Wird die Arbeit und der entsprechende Prozess, wenn es um Ziele geht, sichtbar? Wird unsere professionelle Unterstützung sichtbar? Und das würde ich mir wünschen, dass das in Dokumentationen zum Ausdruck kommt, dass die zum Beispiel auch wirklich Grundlage sein können für fachliche Selbstvergewisserungen und Diskussionen in Teams, dass sichtbar wird, was machen wir eigentlich? Ist das zielführend? Hilft es unseren Adressatinnen? Hilft es dieser Zielgruppe? Dafür sind verschiedene Dokumentationspraxen aus meiner Sicht nur sehr bedingt oder gar nicht hilfreich? Ein zweiter Teil, den ich gerne mit dir kritisch anschauen möchte, ist, die Dokumentation und Dokumentationsanforderungen, Dokumentationsmöglichkeiten sind im Zusammenhang mit digitalen Medien. Natürlich haben einen riesigen Schub erfahren. Digitale Klienteninformationssysteme, Case Management, Fallführungen, Vernetzungen, Plattformen, Entwicklungsansätze, immer in dieser Digitalität und möchte ich gerne fragen, ist der digitale Moment im Zusammenhang mit Dokumentation eher ein Hindernis zum Kernauftrag der Sozialarbeit oder Sozialpädagogik? Also viele kritische Punkte, die dann sagen, Beziehungsarbeit, Vertrauensbasis, Bilde und 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 lässt sich nicht abbilden, egal was für ein System man hat, egal in welcher Form, wo ich in einer Digitalisierung bin, aber die Digitalisierung immer mehr standardisierte Abläufe fordert. Digitale Prozessführung, die gar nicht Tatsächlichkeit und Realität widerspiegeln. Also auch da würde ich mich fragen, wozu brauchen wir digitalisierte Möglichkeiten, digitalisierte Formate? Wenn sie uns helfen, bestimmte Vorgänge, die vielleicht auch sein müssen, sozialadministrative Verwaltung, um eben Leistung zu generieren, zu automatisieren, würde ich sagen, ja, warum nicht, machen. Aber wenn sie uns dazu verführen, quasi unsere Adressatinnen irgendwann quasi in einzelne Informationen zu zerlegen, die wir dann in irgendwelche schlauen Systeme einspeisen und die errechnen uns, Stichwort KI, am Ende des Tages sogar Persönlichkeitsprofile und wissen sogar, wohin, was für ein Ziel dieser Adressat haben soll und wie man da hinkommt, dann würde ich jetzt zugegeben, ich bin überhaupt kein Experte in dieser Thematik, hätte ich meine starken Vorbehalte. Ja, aber das sind wahrscheinlich ähnliche Fragen, wie sie auch diskutiert werden sollten, aus meiner Sicht, jenseits der sozialen Arbeit, wenn es um Digitalisierung geht. Also, was wollen wir damit bezwecken und vor allem, welche Konsequenzen hat das? Welche Nebenfolgen kaufen wir uns damit ein und wollen wir die haben? Du hast natürlich recht, Dokumentation im digitalen Kontext eröffnet wieder ganz andere Dimensionen und Denkstrukturen und auch Überlegungen, was bedeutet das für den Sozialarbeit, den sozialpädagogischen Alltag. Ich will aber so einen Teil an der Schnittstelle aufnehmen und da wäre so ein dritter Teil, nämlich die ganze Form, Umgang mit sensiblen Daten, wo es so ein bisschen darum geht, den Schutz von diesen sensiblen Daten, auch die Sicherheit, die wir gewährleisten müssen. Und meine Frage, verflüchtigt sich das nicht immer mehr mit dem Dokumentationsdruck? Also, dass man sagt, hey, da verwischen sich dann halt einfach auch Grenzen, wie das Einstiegsbispiel, aus der Sicht von einer persönlichen Integrität von unserer Person im Zusammenhang mit dem Schutz von sensiblen Daten, nicht nur fragwürdig, sondern hierin auch allenfalls die Frage, müssen wir da auch ganz konkret hinschauen, von einer Verletzung von einem Persönlichkeitsschutz, und das ist ja das Zentrale von Datenschutz, wer hat deine professionelle Dokumentation auch in den Erfolgskriterien oder in den Prüfungskriterien mit Datenschutz zu tun? Also, ich würde das gar nicht, also, ich glaube gar nicht, dass es eine Frage der Digitalisierung ist, dass es darüber einfach nochmal, wie offensichtlicher ist, dass Persönlichkeitsschutz, Datenschutz schnell auch, wie soll ich sagen, verschwinden kann, über bestimmte Möglichkeiten, und dass wir möglicherweise auch dazu verleitet werden, wir als Professionelle in dem Fall, über die technischen Möglichkeiten, Datenschutzgrenzen wie zu überschreiten, weil es einfach möglich ist. Wie schnell ist eine E-Mail losgeschickt mit einer Setzung, da nehme ich noch zwei Leute ins CC, wo man früher, wo man das noch mit Brief hat schicken müssen, quasi das allenfalls an eine Person geschickt hat, diese sensible Information. Und ich glaube, da werden Grundsatzfragen nochmal, wie die unter dem Brennglas und auch in ihrer Dringlichkeit und in ihrer Konsequenz stärker sichtbar. Aber ich glaube eben, wir müssen uns grundsätzlich überlegen und ich, ich haben Menschen, die unter sozialarbeiterischer oder die, die sozialarbeiterisch- sozialpädagogisch begleitet und betreut werden, nicht die mindestens gleichen Rechte an Persönlichkeitsschutz wie der, der für uns auch, den wir für uns in Anspruch nehmen. Da würde ich sagen, unbedingt, unbedingt und weil wir es ja mit, in aller Regel mit vulnerablen Gruppen zu tun haben, glaube ich, noch viel mehr. Wenn wir vor allem bedenken, dass Dokumentation viele Menschen ein Leben lang begleitet und wenn darin Dinge stehen, egal auf Papier oder in digitalisierter Form, die eben an keiner Stelle mehr falsifiziert werden, dann, glaube ich, reden wir irgendwann auch von Stigmata, dann reden wir von Labels, die wir vermeintlich im besten wissenden Menschen angeklebt haben und dann wundern wir uns, dass ein als aggressiv gelabeltes Kind, weil wir es immer nur verifizieren und immer nur als solches bestätigen, irgendwann auch mal tatsächlich aggressiv wird und da, glaube ich, leisten wir zum Teil einen nicht zu unterschätzenden Beitrag über Dokumentation und da würde ich mir grundsätzlich mehr Achtsamkeit, mehr Sensibilität, was das auch mit Lebensverläufen von Menschen machen kann, wenn wir vor allem an so lebenslangen Akten denken, an Institutionskarrieren denken, da würde ich mir mehr Achtsamkeit und mehr Sensibilität nicht nur wünschen, sondern ich glaube auch, ja, einfordern. Jetzt bist du an dem Punkt, wo das letzte Thema fällt, wo wir miteinander anschauen, die professionelle Dokumentation, Aktenführung, Verschriftlichung, ist ja bei uns gesetzt im Kontext der professionelle Kommunikation, dass wir sagen, wir führen auch professionelle Gespräche, wir führen eine professionelle Kommunikation und da gehört auch die verschriftlichte Sprache dazu. Und du hast es gesagt, wenn ich etwas verschriftlicht habe, wenn etwas in einem Dossier ist, wenn etwas in einem Akt ist von diesen Menschen, dann ist es sehr, sehr nachhaltig. Wenn ich etwas in den gesprochenen Worten habe, dann ist es einmal gesagt, aber es ist dann nicht gleich festgesetzt. Aber in einem Akt ist es drin und wenn dort drin steht, sein Verhalten ist in dem Kontext immer sehr negativ, ist immer sehr verschwalt, dann nimmt er das mit. Und das Thema, das ich jetzt mit dir anschauen möchte, ist wirklich, was macht eine gelingende Sprache aus, auch in der Dokumentation, also wo sie mir darauf verpflichtet, nicht abwertend sein, nicht stigmatisierend sein. Und in welcher Form kann das dann auch in dieser Verschriftlichung, in diesen Aktenlogiken, in diesen Dossiers sichergestellt werden? Es gibt ja so im römischen Recht von vor 2000 Jahren wie den Grundsatz, nur was in der Akte steht, ist in der Welt. Und ich kann dem einiges abgewinnen. Also eben, was in der Akte steht, wird als irgendwann wird möglicherweise zu so einer Art objektiven Realität. Wir haben es mit einem aggressiven Menschen zu tun. Das zeigt sich doch hier in der Akte seit vielen Jahren. Aber dass die Aktenführung und möglicherweise den Fokus lenkt auf Verhaltensweisen, die man durchaus so diesem aggressiven Spektrum zuordnen kann, wird darüber aus meiner Sicht oft unterbelichtet. Deswegen, was ich vorher gesagt habe, unbedingt aus meiner Sicht die Falsifikation. Und wenn wir darüber eben noch eine stigmatisierungsfreie Sprache wie an den Tag legen und uns wirklich auch bewusst sind, dass wir mit Sprache auch eben Wirklichkeit erzeugen und wir sind die Mächtigeren in diesem Geschehen oder wir sind durchaus mächtig in diesem Geschehen. Ich glaube, dann wären wir schon einen Schritt weiter. Also ich bin kein Befürworter, dass wir problematische Dinge, schwierige Verhaltensweisen nicht benennen dürfen, sondern ich finde, die müssen wir auch benennen. Aber aus meiner Sicht immer so, als ob der Adressat neben mir sitzt. Als ob ich das jetzt dem sage, dass das meine Wahrnehmung, meine Einschätzung ist und eben vielleicht auch in einem Aushandlungsprozess mir nochmal über die Formulierung mit dem Adressat in den Austausch gehe. Aber eben, achtsam sein heisst nicht, Erkenntnisse, andere Perspektiven auch vielleicht Kontroversen aufzunehmen, sondern in einer bestimmten Art und Weise diese aufzunehmen. Du weisst, ich bin bei dieser Haltung absolut bei dir, da sind wir nicht einen Millimeter auseinander, weil jetzt entlang dieser professionalisierten Sprache oder auch dieser Entwicklung hin zu einer Profession noch ein Buch von Grönemeyer entprofessionalisieren wir uns und er ganz kritisch die Sprache in der Pflege und in der sozialen Arbeit anschaut, dass er auch sagt, die professionelle Sprache, die auch zum Teil sehr abstrakt aktivisierte Sprache, hat ganz stark auch stigmatisierende Effekte, hat ganz stark abwertende Effekte und er sagt, wir müssen ein Stück weit loslassen, damit wir wieder die Augenhöhe zum Gegenüber haben und da drinnen vielleicht auch wieder verständlich sind, erlebst du ähnliche Dynamiken in dem Professions Akt, wo wir drin sind. Also ich habe schon den Eindruck, das sich über die letzten Jahre, vielleicht Jahrzehnte auch, wo diese Professionalisierung sozialer Arbeit so stark auch in der Praxis dann ankam, dass sich da auch was in der Dokumentation verändert hat, dass wir die Art und Weise, wie wir schreiben, mit welchen Begriffen wir hantieren, so eine expertokratische Sprache angenommen hat, die auch auf so eine, wie soll ich sagen, so ein bisschen nach außen so eine Expertise symbolisieren sollen, die ein bisschen angelehnt ist an die Art und Weise, wie andere Professionen schreiben. Und eben auch, dass wir mit Begriffen arbeiten, die wir unreflektiert oftmals als eben fast objektive Fakte aus anderen Professionen wie übernehmen. Also wie viele medizinisch-psychiatrische Begriffe, die dann Sozialarbeiter wie automatisiert weiter treiben, finden sich in vielen Fallakten. Also da wird von Depressiven, von Aggressiven, von dann auch anderen Begriffen unmotiviert, unstrukturiert gesprochen, wo ich eben zum einen diese Fachfremdheit, also was ist denn unser Gegenstand, wie würden denn wir mit unserem Blick aufs Individuum, das aber verhängt ist, das eingebettet ist in seine sozialen Strukturen, wie würden denn das wir eigentlich beschreiben müssen, wenn wir dieses Selbstverständnis auch in den Akten zur Geltung bringen wollen würden und eben nicht uns bedienen, vor allem unreflektiert an den Diagnosen anderer Professionen. Und gleichzeitig finde ich an diesen Begriffen, jemand ist unmotiviert, unstrukturiert habe ich wie nochmal zwei Leiden, das eine ist, das sind sehr stark generalisierende Formulierungen, jemand ist unmotiviert, wenn man denkt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass jemand per se unmotiviert ist, sondern das wäre eher dann interessant zu gucken, was möchte eine Person und wo leistet sie aus welchen guten, für sie guten Gründen Widerstand und das andere ist, da werden ja auch soziale Normierungen sichtbar. Es steht nicht umsonst oft drin, jemand ist unmotiviert oder unstrukturiert, Arbeitsmarktprogramme zum Beispiel oder eine Sozialhilfe, denn das sind natürlich gesellschaftliche Vorstellungen, man hat strukturiert zu sein, man hat motiviert zu sein und da, wenn man das aufmerksam liest, aus meiner Sicht Falldokumentationen oder auch die Items, die zum Teil angeklickt werden müssen, findet man ganz oft unreflektierte soziale Vorstellungen vom guten, vom richtigen Leben. Wenn ich jetzt dir gegen den Schluss von unserem Fachgespräch noch so eine These um den Kopf habe und sage, wir müssen uns immer mehr und bewusster lösen von der klassifizierenden Diagnostik und viel mehr in eine verstehende Diagnostik gehen und das auch auf der Dokumentationsebene, auf der Aktenebene. Wie kommt die These bei dir an? Ich würde die vollumfänglich unterstreichen und ich würde sogar noch stärker plädieren, dass wir dieses Fallverstehende, dieses Beziehungsreflexive, dieses Bedürfnisorientierte vorgehen, das muss sich über entsprechende Arbeits- sind gleich Dokumentationstools aus meiner Sicht wie abbilden. Dass wir quasi über die Dokumentationsvorgaben, die eben ein bestimmtes Professionalitätsverständnis, Fallverstehend, Beziehungsorientiert, Bedürfnisorientiert, sich daraus speist, das müsste in der Dokumentation verankert sein, denn dann könnten diese Ansprüche quasi wie zum Treiber von solchen Praxen werden. Dann steht es nicht nur schön in den Konzepten, aber weil wir defizitorientiert dokumentieren müssen, arbeiten wir vielleicht am Ende des Tages sogar defizitorientiert, sondern die Dokumentation, auf was wir schauen, was wir festhalten müssen, sprich auch tun müssen, die könnte aus meiner Sicht ein großer Professionalitätstreiber sein, wenn es uns gelingt, die entsprechenden Ansprüche dort, ich sage jetzt mal schlau oder eher fachlich angemessen für den Arbeitsprozess mit den Adressatinnen hilfreich dort zu verankern. und dann bräuchte es entsprechende Dokumentationssysteme, die eben das uns abnötigen, dass wir da drauf gucken, weil wir auch darüber schreiben müssen und eben nimmer uns abnötigen am Ende des Tages, egal wie ressourcenorientiert ich eigentlich arbeiten möchte, dass ich gleichwohl am Ende des Dienstes nochmal nachgängig überlegen muss, was hat der heute nicht kommt, wo musste ich ihm helfen, um eben aus dieser Sicht zum Beispiel aus dieser Sicht rauszukommen. Wenn wir so anschauen, wie so curriculare Themen gesetzt sind, dann ist ja jetzt der Umgang mit persönlicher Integrität, Datenschutz, Dokumentation, ja sehr ein draches Thema und ist ja nicht der Burner für die Studierenden, die rennen ja nicht vorlässig ein. Wir beide diskutieren und überlegen uns schon länger, so ein Wahlpflichtmodul in diesem Thema aufzubereiten. Wenn du jetzt freie, verfügbare Ressourcen hast, Legitimation hast, wie wirkt so ein Wahlpflichtmodul, Wahlpflichtfach ausgesehen, entlang von den Themen, die wir jetzt miteinander angeschaut haben? Ich würde Studierenden versuchen, deutlich zu machen oder ich würde weniger aus Studierenden sich denken, ob ihnen das Spaß macht, ob sie das wichtig finden, sondern ich würde die Ansprüche der Adressatinnen, was die erwarten dürfen an Persönlichkeitsschutz und welche Konsequenzen bestimmte Dokumentationsweisen für sie haben, das würde ich Ihnen sehr verdeutlichen versuchen, dass Ihnen auch klar wird, dass es kein Nebenzugsschäft ist, Dokumentieren und kein trockenes muss man halt auch nochmal gestreift haben im Studium-Thema, sondern dass es extrem relevant ist. Ich würde versuchen, dieses Thema Adressierung von Adressatinnen-Konstruktion am Thema Dokumentation aufzuziehen, dass die Art und Weise, wie Adressatinnen auch von Professionellen konstruiert werden, welche Figur aus ihnen gemacht wird, welche Zuschreibungen, welche Attributionen sie hinnehmen müssen, dass das oftmals sehr stark über Dokumentation passiert. Und das würde Studierenden über Dokumentationsanalyse in Anführungszeichen vor Augen führen und ich würde Ihnen auch nochmal oder würde mit Ihnen nochmal gucken, welche Schutzrechte nehmen Sie denn für sich ganz selbstverständlich in Anspruch. Also wie machen Sie Ihre Einstellungen auf Facebook? Was darf Sie entscheiden ja auch, was wer wissen darf? Und das würde ich Ihnen auch nochmal wie sehr verdeutlichen, dass Menschen über die dokumentiert wird, zumindest das Recht haben müssten, aus meiner Sicht bestimmte Vorgänge da mit gestalten zu können und vor allem dass wir da wie auch advokatorisch drauf gucken müssen, dass Ihre Persönlichkeitsrechte an keiner Stelle durch die professionelle Aktenführung verletzt werden. Und das müsste aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt der Berufsausbildung von Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen sein. Da dürfte keiner unserer oder aller Studierenden in der Sozialarbeit drumherum kommen. Ich denke, das war ein top Schlusswort. Ich hoffe, das Wartlichmodul kommt. Ich hoffe, du findest Zeit, das auch umzusetzen. Danke vielmals, Matthias, dass du da warst. Danke vielmals, dass du mit mir das Thema, das auch ein Stück in den Herz Thema ist, im Zusammenhang mit nicht verhandelbarer persönlicher Integrität von den Menschen, die in der sozialen Arbeit unterstützen. Danke vielmals, dass du da warst. Vielen Dank, dass wir uns über das Thema austauscht haben. Danke dir. Das war das Fachgespräch von der OST, Departement Soziale Arbeit. Ihr findet die Fachgespräche auf dem YouTube-Kanal und ihr könnt es dort auch abonnieren, wenn ihr am nächsten Fachgespräch folgen wollt. Ihr könnt es auch als Podcast hören auf Apple Podcast und auf Spotify und auch dort abonnieren für das nächste Fachgespräch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk,